hey freunde und herzlich willkommen zu dem neuen video und heute gibt es die auslosung von der verlosung er hat von dem 14.12 bis zum 24.12 14 uhr möglichkeit gab es destiny 2 lightfall die standardversion für steam zu gewinnen und ja ich habe hier auf discord den alex aca wildfire aca kleines feuerchen und ich streame das hier auf dem discord damit es keine kommentare gibt ja ich schneide alles so zusammen wie es mir passt so und ja genau richtig ich bin right für mache selber youtube und ja ich bin auch genau wie du schon gesagt hat auf dem discord hier mit ihnen und werde hier kontrollieren dass hier alles passt und damit hier keiner sagt oh das ist fake oder das ist das oder das ist das nein ich werde das konsolieren hat hier auf wie schon gesagt das code leistet man und ich sehe hier alles genau gut dazu noch ihr könnt ihnen von den anderen videos die ansage war gerade irgendwie bisschen komisch aber ja aber kommen wir zum video hier gibt es mehrere kommentare also insgesamt 16 von der seite random comment picker und ja hier einmal kurz dexter war so schlau und hat hat zwei kommentare gemacht einmal liedl und einmal was er an weihnachten macht weihnachttendet darkdicksel also den tun schenke ich dir auf jeden fall zu weihnachten und nein das ist alles nur spaß also und ja ich kopiere jetzt mal hier den link achso der feuerchen ist hat hier auch kommentiert aber er macht nicht mit er könnte nur den algorithmus und laden wir jetzt mal die kommentare und wenn er ist robben oha easy auf den neuen raid und werden an weihnachten mit dann das von mir steht da messer betarmin probiert methamphetamine methamphetamine ja also auf jeden fall herzlichen glückwunsch schreibt mich an also irgendwie sowas wir hören uns wahrscheinlich irgendwann das war es das war die verlosung ich wünsche euch ein schönes wohnachtsfest und hier der feuerchen hat auch ein video hochgeladen das und schaut auch mal bei ihm vorbei und ja bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017